Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und noch kein Zeichen von Sullivan Es ist ja noch Zeit Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen Sehr witzig Halten wir es einfach Gut Einfach Es wäre viel einfacher, nur mit uns beiden Sam Wir könnten schon längst drin sein Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht Oder falls er erwischt wird? Sam Er kennt die Veranstalter der Auktion Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin Ein grundsolider Plan Aha Okay, schön Ganz sicher Irgendwann Aber jetzt kommt schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen Versuch den Smoking sauber zu halten Schon klar Kapitel 6 Einmal ein Dieb Ja, und damit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 A Thief's End Was? Wir reden nicht? Normalerweise reden die mir dann immer irgendwie mitten rein Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin Ich glaub's nicht, dass ich hier bin Mit dir In Italien Ja, geht mir auch so Ich wünschte, nur die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja Machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß Ich bin doch nicht zum ersten Mal hier Nein, eher zum dritten Ich hatte hier schon ein paar Jobs Mit Sullivan Ja Okay Das ist aber nicht der Turm, wo wir hin sollen Lauf mal vor, ich weiß doch gar nicht, wo wir entlang müssen Und können wir uns entlanghangeln? Ähm, Moment, da war gerade was Da oben? Würdest du mich verarschen? Nicht jetzt? Achso Das ist mein Seil Aber wo müssen wir dann hin? Das ist die Frage Äh Achso, da müssen wir hin Denk ich mal Ja Okay Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi Und jetzt du Na? Na? Feiges Hühnchen? Boah, 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 boah Wo muss ich denn jetzt hier rum? Nein, lass dich runterfallen Nicht nach oben Ach, der ist schon drüben Ähm Das habe ich mich auch gerade gefragt Ich dachte, wir sollten nach oben und nicht nach unten Hallo Ja Spring doch einfach da rüber So Und jetzt Stecke ich hier fest Ähm Ja toll Ne, neben mir Aber ist okay Ihr wollt nur gerade nicht das A annehmen Na komm Okay Okay Funktioniert Ähm Ich wollte hier eigentlich drauf Ah Jetzt kriegst du es doch hin Mit L schwingen sie Ja, ich In die andere Richtung Hallo Und Alle, hopp Zirkusattraktion Jetzt wollte ich einen doppelten Salto rückwärts machen Und dann da rauf springen Aber nein Jetzt befinde ich mich hier im Zitronenhain Was ist das denn hier? Alles zu drohen Ach, ich liebe zu drohen Ich mach zu drohen Auf Fischstäbchen Ich trinke zu drohen Saft gerne so Hallo Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen Äh Motorradfahren Kleine Dinge aber Zusammen Ja Motorrad habe ich leider noch nie die Erfahrung gemacht Aber auf dem Roller ist es ziemlich geil Muss ich sagen Allerdings tut einen nach ein paar Stunden Dann auch wirklich der Hintern weh Das muss man auch dazu sagen Ähm Was können wir hier machen? Moment Ich kann Ja toll, dass ich das da dran machen kann Aber was bringt mir das? Hä? Müsste halten Ja und dann? Lassen wir uns ab oder was? Ui Oh Machen wir wirklich Wo muss ich? Achso Da muss ich hin Ja Schafft er das? Nein Er schafft es nicht Brauchen wir mehr Schwung? Ne Moment Seilen sie sich mit L ab Würde ich ja gerne Aber ich kann nicht noch mehr Halten Achso Okay Äh Das vergesse ich immer Reicht das jetzt? Er hat Achso ich muss da unten hin wahrscheinlich Ne Können wir noch ein Stück runter? Ne können wir nicht mehr Okay Dann Nein 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 Lauf 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 Wir machen das nicht beim ersten Anlauf Jetzt können wir mal versuchen Und Wui Okay Komm runter Kann er das auch so schön wie ich? Hallo Bruder Ja vor allen Dingen Saß du aus wie eine tote Kröte dabei Und Deine anderen Fantastischen Funde Die Ich verpasst habe Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's Elena hat ab und zu gefilmt Aber Die Kamera ist hinüber Wie ärgerlich Ich hab Zeichnungen Wenn wir zurück sind Zeige ich sie dir Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein Aber die sind echt gut Kannst kaum erwarten Gab's dir jetzt was zum Sonntes Oder warum guckten wir jetzt die ganze Station ab? Und nun? Hallo Sag doch mal was wir tun sollen Gibt's hier irgendwas wo wir uns hochziehen können? Ja ich fragte jetzt auch eigentlich nach hochziehen Und nicht nach hochklettern Aber Aber da kommen wir nicht hin oder? Können wir auch nicht benutzen Ich will jetzt hier nicht runterfallen Okay ne Also ich kann hier anscheinend nichts anvisieren Jo Dann beenden wir einfach mal die Folge Weil wir nicht wissen wo es lang geht Ähm Da oben ist eine Stange Die wir auch wieder nicht anvisieren können Geil Ach ich liebe dieses Spiel Es ist immer so offensichtlich wo man hin muss Okay Er kann sehr gut klettern Aber offensichtlich nicht hier hoch Und da sind wir jetzt gekommen Da komm ich auch nicht hoch Nimm die mal an Ähm Habe ich mich jetzt so schrocken Ich dachte da kommt jetzt irgendein anderer Ah warte mal Hier können wir doch hoch Und ich frag mich die ganze Zeit Wie blöde Wie komm ich denn Da oben Doch das geht Da können wir auch So Bruder schaust du und lernst Aber da müssen wir laufen Äh Jupp Halt Moment Nein Ach du sollst dich nicht drehen Hallo Ried dich doch mal in die andere Richtung Sag mal Alter Willst du mich jetzt verarschen So Und jetzt sollst du eigentlich schwingen Weil sonst kommen wir da nicht ran Geht doch Und dreifacher Salto Und festhalten Okay perfekt Ob es perfekt war Weiß ich nicht Aber Frage ist Hier können wir jetzt auch nicht lang Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich Oben ist auch wieder was zum Springen Gehst du jetzt mal weiter Ja mach Och dann geh einfach da hoch Kannst du mich mal Hallo Bröderchen Kommst du mit Ja der macht das natürlich ganz locker Aus dem Handgelenk War ja wieder klar Okay Ich wollte gerade sagen Ich stürze hier runter Nein Das macht so ein kleiner Junge Mit links Also kriegen wir das auch hin Wenn wir erwachsen sind Darf ich mich bewegen? Ja ich darf mich bewegen Okay Achso Ich wollte jetzt springen Aber ist okay Kommen wir da Zu der Kante Das ist so eine blöde Perspektive Aber er schwingt Zumindest schon mal Und Alter man muss dreimal schwingen Dann Wird es auch gelingen Na Was macht der große Bruder? Kommst du auch mal? Jetzt mal Er mal zwei Kilometer entfernt stehen muss Ja der macht das natürlich komplett Ohne zu schwingen Das ist doch klar Er hat doch die Erfahrung So Und nun? Können wir hier hoch? Was denn? Achta Okay Das habe ich nicht gesehen Aber ich war ja auch noch am gucken Also von daher Geht der alte her erstmal vor Ich liebe es Wenn Einander steht Dass man A drücken soll Und der springt dann Einfach mal so kurz So Ich habe das Seil gesehen Aber ich spring lieber Es wäre auch schön Wenn ich Mich hochziehen dürfte Hallo Hallo Leute Achso Okay Ich muss dann L1 gedrückt halten Ja mit dem runterlassen ist das okay Nur mit dem hochziehen Das habe ich noch nicht drauf Danke Nathan Nathan Was? Oh Ja Okay Alles klar bei dir? Ja Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine Na los Ja Okay ich bin direkt hinter dir Sully? Weißt du was ich an Ganoven Party so mag? Was denn? Niemand juckt's wenn du drinnen eine qualmst Lange ist her Ja Zu lange Pep Du kennst doch noch meinen toten Bruder oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel 15 Jahre Ja Schön dass du noch lebst Sam Mhm Ja Halten wir ihn am Leben indem wir das Kreuz holen okay? Ja Was das angeht Was Was ist damit? Kommt ich will euch was zeigen Schau mal da Das ist Averys Kreuz Sie haben's aus dem Lager geholt kurz bevor ihr hier wart Sie haben die Reihenfolge geändert Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein Okay wie lange noch bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens Wir müssten da doch irgendwie rankommen Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen Okay okay Aber wir müssen sie nur ablenken Wie? Wie ähm Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen Wenn die Wachen sehen wie wir an das Kreuz wollen Was wenn sie uns nicht sehen? Leute ihr benehmt euch als werdet ihr noch nie im Knast gewesen Wenn man ein Ding abziehen will Wartet man bis das Licht ausgeht Ja Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Belüftungssystem Strom Das hier da oben Wir klettern einfach da rauf Kappen das Licht Und schnappen uns das Kreuz Es gibt sicher einen Notstromgenerator Also haben wir nur ein paar Sekunden bis das Licht wieder angeht Das heißt wir müssen direkt neben dem Kreuz sein wenn das Licht ausgeht Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht dran Kostet die Signore Antipasti Nein danke Hi Wie geht's Ihnen? Ciao Hey konzentrier dich Dein Kellner bemerkt keiner Könnte klappen Das wird klappen Okay Gut ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschenlieb Du gehst nach unten und bellst das Kreuz im Auge Okay Gib Bescheid wenn irgendwas Verdächtiges passiert Alles klar Okay Hör zu wir schaffen das Bereit? Bereit Okay Mir nach Wir gehen durch den Keller Ja Bitte wundert euch nicht über dieses kleine Stolpern eben in der Aufnahme Aber Ja Ich weiß nicht ob es DHL war Irgendein Liefer Irgendein Lieferbote hat hier geklingelt Moment ich sollte ihm noch eigentlich folgen oder? Wer soll ich jetzt folgen? Ihr Äh ihm Irgendeiner hat nämlich jetzt eben geklingelt Wollte aber nur was für Nachbarn abgeben Versaut mir hier meine Aufnahmen und das nur für Nachbarn Also das ist ja Ich hab den direkt mal zurecht gewesen hier Nein ich hab natürlich nichts gesagt Ich hab wie immer geschluckt und hab nichts gesagt Okay Wo müssen wir denn hin? Wir laufen hier so endlos lange in der Gegend rum Ja Okay Dann geh vor Ich hab doch keine Ahnung Dummen europäischen Techno Kommen wir da einfach so rein? Natürlich nicht Verschlossen Scheiße die war doch offen Und jetzt kriegen wir die auf? Nein es ist elektronisch Wir müssen einen anderen Weg finden Habt ihr gesehen? Ja Ich bin dran Oh Gott Sag mir bitte Dass ich das automatisch mit irgendeiner Taste mache Achso da muss ich drauf gucken oder wie? Ich hab's noch gar nicht versucht Nein Oh wieso hat der das Y jetzt nicht angenommen? Willst du mich verärschen? Ja Ah Shit Du äh Brauchst du Wegweiser? Nein Ich Habe mich nur auf Der hat mir jetzt aber nicht genug Zeit Ich lenke ab Und du greifst zu Okay Ja Gut Los Wo ist er jetzt hin? Wo läuft der jetzt hin? Wo läuft der jetzt hin? Wo ist der Kellner? Ich folge ihm jetzt einfach mal Ich folge ihm jetzt einfach mal Er will ja ablenken Deswegen Oder will er generell ablenken Wo ist denn der Kellner? Der hat doch so auffällige Klamotten angehabt hier Da ist er Oh lass mich doch mal hier durch Leute Ernsthaft Ja jetzt lass mich bloß Nicht mehr auf die andere Seite Genau Drehen jetzt genau zu mir Hallo Wieso kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Nee Ist das euer Ernst? Wieso ging das eben alles so schön? Bis auf das Ja Nein Nein Mach es jetzt Aber ich Wieso geht das nicht? Hallo Weiter Das ist jetzt nicht ernsthaft verbuggt oder? Muss ich mich jetzt verarschen? Och komm Soll ich mich jetzt hier so hinter dich stellen? Nein Tut doch Mann Etwas ist schief gelaufen Uncharted A Thief's End Das Melden dieses Fehlers Die Software zu verbessern Äh Wieso Playstation? Diese Meldung kann persönliche Informationen behalten Ja Was ist passiert? Ich hab endlich das geschafft Was ich machen wollte Und bin rausgeflogen Ja Und dann müssen wir nochmal alles von vorne machen Ja 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 ich denke wirklich Das ist so gewollt Dass wir da so hinterher dackeln Die ganze Zeit Ich hab's noch gar nicht versucht Noch nicht Ja Er hatte Zweifel Okay Dann haben wir das Ganze mal ein bisschen abgekürzt hier Also ich kann zeigen Dass ich das dann doch kann Okay Na gut Versuchen wir es nochmal Die hier brauchen wir noch Okay Springsätze fürs Ohr Wird schon schief gehen Wir melden uns Hände hoch Hi Victor Hallo Nadine Schön dich wiederzusehen Und dieses Mal Hab ich die Trümpfe in der Hand Ja dann sollte ich wohl froh sein Dass die Waffe nicht echt ist In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt Ja Du weißt ja wie das ist Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal Aufdonnern Sehr schick übrigens Du siehst auch nicht übel aus Ich fühl mich hier so viel am Platz Es tut so gut jemanden zu treffen Der meine Sprache spricht Auch wenn du Amerikaner bist Na dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben Ich wollte grad zur Bar Kann ich dir was mitbringen? Ja Scotch Mit nem Eiswürfel Nicht weglaufen Nate Hat das mitbekommen? Ja hab ich Klingt als gäbe dir eine Lady einen Drink aus Na nicht ganz Nadine Ross Gibt mir einen Drink aus Nadine Ross? Moment Gehört ihr nicht dieser Söltner-Armee? Ähm Coastline? Shawline Ja Auch gut Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man's auch sagen Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein Ich wär dann soweit Okay Hör zu wir sind bereit Sally Du äh Krieg keinen Ärger okay? Ich versuch's Bereit? Ja Legen wir los Ja So bereit wie man sein kann Wenn man sich grad darüber geärgert hat Dass das Spiel abgestürzt ist Ich mein gut Das ist gestern frisch rausgekommen Ne Aber Das heißt ja nicht Dass es unbedingt abstürzen muss Jetzt hab ich ehrlich gesagt Ein bisschen Panik Und würd gerne ein bisschen öfter speichern Was ist? Ja geh doch mal weiter Mann Ist doch nur elektronisch Pinnnummern drin Da hat er recht Wie machen wir das jetzt auf? Einfach Rotwein drüber schütten Dann gibt's nen Kurzschluss Und dann Das ist toll Achso Zum Durchkrabbeln Na bitte Das wär der Licht Oder auch nicht Du hast keine Das geht auch Also den Wein haben wir schon mal gefunden Der war böse Aber der war gut Was ist hiermit? Abgeschlossen Komm doch mal mit Ich seh nichts Unter den Fässern Hat der das gerade gesagt? Das ist ein Haufen Seelen Ja Vielleicht begnügt sich Alcazar Mit ein wenig Wein Irgendwas sagt mir Dass das nichts wird Kann man den Hier wegschieben Von einer Seite? Komm mal mit Ich seh doch hier im Dunkeln nichts Ja Kann man Die Frage ist nur Wahrscheinlich in die andere Richtung Nehme ich mal an Ich denke mal Das hat uns jetzt Absolut Null Gebracht Gehen wir aus dem Weg hier So Probieren wir jetzt nochmal Komm doch mal mit Und leuchte hier mal ein bisschen Ah Das sieht gut aus Komme ich da hoch? Ne natürlich nicht Das sah gut aus Aber das war nicht gut Ach das ist noch eins Äh Äh Hallo Oder ist das das Wo wir jetzt Ne das ist nicht das Oder? Mann geh mir doch einfach mal aus der Sonne hier Du sollst mir Licht machen Und nicht immer wieder im Weg rumstehen Leuchte hier mal hin Ah da geht's weiter Was ist das? Was ist das? Das ziehe ich nicht aus Was denn jetzt schon wieder für eine Lüftung? Hier Was zum draufklettern finden Okay Können wir den nehmen hier? Ja Ja Okay Du musst mir nicht helfen oder so Ich halte das Feuerzeug Das Feuerzeug Naja ganz unrecht hat er nicht Das ist eine richtig wichtige Aufgabe Ähm Nur kommen wir auf das Ding nicht drauf Oder wie? Doch von der Seite Dann mal auf Okay hier Äh Äh Enger als ist außer was? Und staubiger Schi 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 Geht doch mal weiter Mensch Guck doch die ganze Zeit in deine Richtung Jam Da ist eine Tür Guck mal da durch Äh Hier ist es schwarz Ah Aber ich denke Wir müssen hier durch Oder auch nicht Ja Stein Was ist mit dir? Beziehungsweise Stein ist es nicht Ja Das hätte ich auch gesehen Hättest du mal dahin geleuchtet Äh Hallo Nimmt der das Y auch an? Hallo Okay Was für ein Hep Ach da Hep Psst Selber Psst Geh weiter Komme ich auch hoch Meine Finger sind schon ganz verkrüppelt Endlich Dove diavolo ci procurano tutta questa roba Puhm Frischluft, wir kommen Mach auf Nimm mich mit Hey guck mal da Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Ja Ich würde sagen gar nicht Ich würde sagen wir umgehen das Tor Oder? Wieso darf ich das eigentlich nie machen? Gut dass du in Form bist Na wenn er in Form wäre Wäre er ja schon links oben gewesen Also Sully Sully Komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum Wie sieht's aus? Sully Bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang Hoffentlich geht's ihm gut Bingo Da ist die Küche Und natürlich Hat er auch keine Tichtelmechtel Oder das Möchtegern-Tichtelmechtel hat ihn irgendwie gefesselt und geknebelt Kann natürlich auch sein Ach da oben Ach Komm Ich weiß du kannst nicht laufen Du bist ein alter Herr Ja Hallo Wir haben das ja noch nie gemacht Woher soll ich wissen Dass ich A drücken soll Ist doch gar nicht auffällig so laut Vorsicht Boana Sarah Ma que esta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten Sam Er wird mit Brunschädeln in Unterwäsche aufwachen Ist uns auch schon passiert Stimmt's? Stimmt So Weg mit ihm Leg schon los Okay Okay Ja Kein Problem Der ist nicht hier Nehme ich an Er dürfte wahrscheinlich Ja Nur meine Hose ist ein bisschen zu eng Das ist doch heutzutage angesagt Herrlich Andere Länder Andere Sitten Ja Weil wen Italien sind Kapiert Okay Wir zurück in den Bauch Also Ist noch hoch Ist noch Sam Bist du da? Sam Hoffen wir nicht Hallo? Ja geh rüber Ja los Spring doch einfach Mann Komm ich da nicht hoch? Dein Ernst? Der springt hier keine Ahnung Wie weit und wie hoch Aber da kommt er jetzt nicht hoch Oder was? Der zeigt doch sogar noch an Dass er da hoch will Willst du mich veräppeln? Wenn ich von da oben Rüberspringe Geht das? Komm ich da überhaupt wieder hoch? Moment Komm ich gar nicht Achso Moment Doch Hier Geh mal davon aus Dass die Türen alle geschlossen sind Hier Oder auch nicht Okay Ich komme aber nirgendwo hin Oder? Mein links kann ich Da kann ich runter Theoretisch kann ich auch hier runter Vielleicht Aber ich gehe lieber den sicheren Weg Ja ja Spring rüber Komm Okay Die Frage ist immer noch Achso Da eins hoch Wahrscheinlich Ich kann Oh Doch da kann ich mich festhalten Und ich hoffe Nicht hier runterfallen Okay Ja Leute Falls ihr mich hört Ich bin beim Maschinenraum Müsste mal da sein Müsste Genau Ähm So Moment Wir müssen Auf die Seite Kann ich da einfach so rüberspringen? Theoretisch ja Frage ist praktisch auch Sonst muss ich wieder komplett von vorne anfangen Okay Er hat es immer noch nicht so ganz kapiert Wie das mit dem Parcourslauf Äh Funktioniert Mit dem Abrollen und so Aber Äh Es läuft Es läuft So Moment Da komme ich Nicht Hoch Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher Also da komme ich so nicht hoch Komm ich so Da komme ich hoch doch Ja geh Komm Geh komm Alles zusammen So Ich hoffe nicht runterfallen Das sieht ganz gut aus Okay Wupp Und Wupp Achso Oder auch nicht Oh Hui Ich war das nicht Oh Mist Unglaublich dass ihr damit durchgekommen seid Sind wir nicht Nein wir hatten einen Monat lang keinen Landgang Und was war mit dem Pferd? Naja zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord Kennst du hier jemanden? Nein Dachte ich aber nein Hey wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Er ist mein Ex-Partner Nein ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs Drake ist raus Oh Wie Tod raus? Oh nein Eher im Ruhestand Ja das letzte was ich gehört habe Er hat geheiratet Na dann wäre er tot auch nicht schlechter dran Victor Sullivan Verdammt wie geht's dir? Rafe Wie lange ist das her? Zehn Jahre? Zwölf? Fünfzehn Unglaublich Nach so vielen Jahren stehen wir hier Und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten Ist das doch Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen So verdiene ich meine Brötchen Naja das hinter mir eine Menge Brötchen Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten Ja sicher Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die Guten Sachen Die sich lohnen Irgendein Tipp was ich mir heute gönnen sollte? Ja Ja Als ob ich gegen ihn bieten würde Aber ähm Nur so unter uns Ich habe bemerkt dass die Reihenfolge geändert wurde Ich glaube jemand versucht die Auktion zu manipulieren Hm Tja du weißt doch wo wir hier sind Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte Tja ich sag's ja nur ungern Davon erfahren Wovon? Was genau meinst du denn Rafe? Nadine ich glaube dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys Lass den scheiß alter Mann Ich weiß nicht wie du hier reingekommen bist Aber wenn du vor hast Auf Averys Kreuz zu bieten Kann ich dir sagen wie du hier wieder raus kommst In einem scheiß Leichensack Na Du verstehst mich schon War schön euch wiederzusehen Nate? Nate! Verdammt Junge wo zum Teufel steckst du? Boah ne Tasse denn überhaupt nicht zugehört Du solltest doch nicht deine Klamotten dreckig machen Ähm Muss ich nach oben oder nach unten? Da ist nämlich auch noch so ein Ding Hä? Hä? Ich wollte grad sagen Da war doch grad noch eine Stange Oh Ja da war eine Stange Offenbar konnte ich die aber nicht erreichen Ja Maschinenraum Wo ist denn der Maschinenraum jetzt? Ich muss wahrscheinlich da oben hin oder? Moment hier kann ich aber auch klettern Ich hätte vielleicht klettern sollen So Ach da ist ein kleines Ah ok Hallo Ich würde gerne was sehen Hänge ich jetzt richtig rum? Ja Ähm Ne Du sollst nach rechts Los Zack ich Ne Und dich einmal drehen Wie dreht der sich denn immer? Der dreht sich immer Obwohl er es nicht soll Ah jetzt Ok Ja jetzt schön da dran So ist gut Oder auch nicht Bin glaube ich auf der falschen Seite Ähm Ja Gehen wir mal auf die andere Seite Hallo Das wäre ganz schön Wenn du da auch hingehst Ja Nicht nur winken Rüber Komm Schön nach rechts So ist brav Steuerung hakt noch so ein bisschen Oh Hält der das aus? Oh Ich meine er ist jetzt nicht gerade der dickste Aber Man weiß es ja nicht Oh Hatten ja schon Rohre Die uns als Kind schon nicht zugesagt haben Ähm Wo muss ich denn? Da oben ist ein Fenster offen Kann das sein? Ja ja komm Geh mal lieber links rum Das ist sicherer glaube ich Ok Das sieht mir irgendwie so nach Maschinenraum oder sowas aus Folge den Kabeln Oder wie war das? Die Frage ist Schauen die nach oben? Schauen die nach oben? Ja So Dreh dich doch endlich mal Die Frage ist Ist der Typ jetzt weg? Sieht so aus Der vordere auch? Na bitte Wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Wahrscheinlich hier hinter nehme ich mal an Großartig Sully wir stehlen es Weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschauen Ritt er nicht Wir sind bei 90.000 Höre ich ein weiteres Leute wenn wir das Kreuz nicht kriegen Bin ich so gut wie tot Und wenn ich den Zuschlag kriege Sind wir alle tot Sully du musst mir mehr Zeit verschaffen Da ist keine weiteren Geboten Schatz, rauch mir Zum Ersten Zum Zweiten Was soll's? Bene 100.000 Euro sind geboten Grazie Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro Ja, wer A sagt muss auch B sagen Keine Sorge Du bist im Nu da raus Na das hoffe ich Ja, das hoffe ich auch Nur ich hab keine Ahnung wie ich dir da helfen kann Oh, Moment Das Gebot liegt jetzt bei 130.000 Komm mal Wir sind jetzt bei 140 Komm, durchsuch Echt? Verdeckt Wie wär's mit Panzerteben? Eigentlich funktioniert das ja Okay, die haben wahrscheinlich alles den gleichen Scheiß hier drinnen Nehme ich mal an Ja, einen Moment Ja Eine Brechstange Na super Wir stehen nun bei 180.000 Euro Geschafft Das Gebot liegt jetzt bei 390.000 Euro Okay, Jungs Bin am Schalter Bereit? So bereit wie noch nie Victor Sekunde noch Der Gentleman bietet 200.000 Euro 500.000 Machen wir Nägel mit Köpfen Äh Grazie Das Gebot liegt bei 500.000 Euro Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor Dachte schon, ich muss dich kalt machen Okay Versauen wir also dem Arschloch den Abend Sonst noch jemand? Und zum Ersten Zum Zweiten Und verkauft für 500.000 Euro Meine Damen und Herren Bitte bleiben Sie ruhig Der Notstrom wird sich gleich einschalten Es ist weg Weg da Aus dem Weg Haltet ihn Hey, haltet den Kerl auf Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen Sprechen Sie Sparischi Gut